Das ist Bayern. Mitten darin liegt das kleine fränkische Dorf Gaibach. Dort steht auf einem Hügel eine gewaltige Säule, die bayerische Verfassungssäule. Sie erinnert an das Jahr 1818, als der damalige König Max Josef seinen Untertanen eine Verfassung gewährte. Darin sind Grundrechte wie Freiheit und Gleichheit der Untertanen und die Pressefreiheit verankert. Zu verdanken haben wir das vor allem Maximilian von Montgelat. Er war der erste Minister des Königs und reformierte den bayerischen Staat. Seitdem gab es ein Parlament, die Ständeversammlung. Deren Mitglieder wurden teils vom König ernannt, teils von wohlhabenden Untertanen gewählt. Das war für die damalige Zeit sehr modern. Im Juli 1830 kam es in Frankreich zu Unruhen. Viele Fürsten in Deutschland, auch der bayerische König Ludwig I., hatten Angst, dass in ihren Herrschaftsgebieten ebenfalls eine Revolution ausbrechen könnte. Deshalb wurde in Bayern die Pressefreiheit wieder abgeschafft. Regierungsfeinde wurden eingesperrt. Männer wie Johann Georg Wirth und Philipp Jakob Siebenpfeifer kämpften gegen diese Politik. In der Rheinpfalz, die damals zu Bayern gehörte, organisierten sie zwei Jahre später das Hambacher Fest, einen gewaltigen Demonstrationszug mit 30.000 Beteiligten. Auch an der Verfassungssäule in Gaibach versammelten sich 7.000 Menschen und demonstrierten für mehr Rechte. Im März 1848 entlud sich der Zorn der Untertanen in einer deutschlandweiten Revolution, die auch Bayern erfasste. Erst allmählich stellten die Fürsten überall mithilfe des Militärs die alte Ordnung gewaltsam wieder her. Zu einer enormen Veränderung kam es 1871. Dem preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck gelang es, aus den einzelnen deutschen Territorien ein vereintes deutsches Reich zu schaffen. An dessen Spitze stand der preußische König, als erster deutscher Kaiser. Für seine Zustimmung dazu erhielt Bayern viel Geld, verlor aber einen großen Teil seiner Selbstständigkeit. Von demokratischen Verhältnissen war man jetzt weit entfernt. Das änderte sich Ende des Ersten Weltkriegs. Als Protest gegen den Krieg organisierte der Sozialist Kurt Eisner in München eine Demonstration, aus der sich eine Revolution entwickelte. Am 8. November 1918 rief er den Freistaat, die Republik Bayern, aus und erklärte den König für abgesetzt. Am 19. Januar 1919 kam es zur ersten demokratischen Wahl eines bayerischen Parlaments. Kurt Eisner wurde kurz darauf von einem ultrarechten Gewalttäter erschossen. Während der folgenden Unruhen in München zogen sich Regierung und Abgeordnete nach Bamberg zurück. Dort erarbeiteten sie eine neue demokratische Verfassung für Bayern. Wenig später folgte die Weimarer Reichsverfassung für ganz Deutschland. Damit war Deutschland eine Republik. Doch Unruhen zwischen rechts- und linksradikalen Kräften schwelten weiter, verschärft noch durch die schlechte Wirtschaftslage und die hohe Arbeitslosigkeit. 1923 versuchte dann Adolf Hitler, sich und seine rechtsradikale Partei NSDAP in München an die Macht zu putschen. Dies konnte verhindert werden. Aber fast zehn Jahre später wurde Hitlers NSDAP stärkste Partei und 1933 wurde Hitler Reichskanzler. Das war der Beginn einer grausamen, zwölf Jahre währenden Diktatur. Alle demokratischen Rechte wurden abgeschafft und die Freiheiten der Länder beseitigt. In München leisteten neben anderen die Studentengruppe Weiße Rose und der junge Radiotechniker Walter Klingenbeck Widerstand gegen das Regime. Dafür wurden sie hingerichtet. Politische Gegner und Andersdenkende, Juden, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle und andere wurden verfolgt, misshandelt und ermordet. Der ganzen Welt zwangen Hitler und seine Gesinnungsgenossen einen Krieg auf, der 70 Millionen Menschen den Tod brachte und ganz Deutschland in Trümmer legte. Auch Bayern. Nach Kriegsende 1945 wurden mithilfe der Amerikaner in Bayern wieder demokratische Strukturen eingeführt. Der damalige Ministerpräsident Wilhelm Högner und seine Kollegen aus verschiedenen Parteien schufen eine neue Verfassung. Sie gilt seit 1946. Seitdem ist Bayern wieder eine Demokratie mit Parteien und freien Wahlen. Am 24. Mai 1949 folgte das Grundgesetz für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Sie garantiert die Grundrechte, schützt vor staatlicher Willkür und gewährt den Bürgern Freiheiten. Heute ist die Demokratie für die Menschen in Deutschland und in Bayern selbstverständlich. Aber bis hierhin war es ein langer und manchmal schwieriger Weg. Er zeigt, dass man sich immer wieder für die Demokratie einsetzen muss, wenn man sie erhalten will. Daran erinnert uns auch heute noch die Verfassungssäule von Gaibach. Jeder Givens Shoal Voll Voll Bis zum nächsten Mal.